Pfingsten steht ja vor der Tür und viele können es kaum abwarten, rauszugehen und was zu unternehmen. Was möglich ist und vor allem wo, erfahren Sie gleich. Und damit herzlich willkommen zu Brisant. Es ist leider keine Seltenheit, dass Einsatzkräfte angegriffen werden, liebe Zuschauer. Aber was heute Morgen im hessischen Dietzenbach passiert ist, war nicht erwartbar. Bis zu 50 Männer zündeten auf einem Parkdeck mehrere Mülltonnen und auch einen Bagger an. Und als die Polizei anrückte, wurde sie bereits erwartet. Gleich bei uns Pfingsten und Corona. Deutschland ist zwischen Vorfreude und Anspannung. Denn schönstes Wetter wird ja erwartet. Freizeitparks öffnen und was man noch so tun kann, reden wir gleich darüber in wenigen Momenten bei uns. Zu unserem nächsten Thema. Gab es Frühwarnzeichen? Hätte man den Tod der dreijährigen Greta in Viersen verhindern können? Genau diese Fragen werden gestellt durchaus. Die tatverdächtige Erzieherin beging möglicherweise schon in früheren Anstellungen gewaltsame Taten. Unverständlich für viele, warum sie immer wieder dann eine Anstellung bekam. Die Umstellung ist auch hier angesagt, denn so voll wie hier wird es nicht werden. Und auch die Tickets müssen online gekauft werden. Nur maximal 10.000 Besucher dürfen in den Park. Normalerweise tummeln sich hier bis zu 50.000. Freizeitspaß während Corona. So sieht er aus. Ja, wäre nichts für mich. Aber wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, liebe Zuschauer, verraten wir Ihnen gern, welche Parks bereits ihre Tore öffnen. Und noch viel wichtiger, mit welcher Strategie Sie lange Warteschlangen vermeiden können. Da gibt es nämlich so einige Tricks. All das auf brisant.de bei uns im Netz. Für einen Räuber, man könnte fast sagen, hat er Manieren. Vielleicht sind der Kassiererin einer Tankstelle genau diese Worte durch den Kopf gerauscht, nachdem sie den ersten Schock überwunden hat. Sie wurde nämlich überfallen. Auf eine ganz besondere Art und Weise. Ist Corona die Karrierefalle für Frauen eigentlich? Ja, das sagt nicht nur eine Soziologin. Das stellen viele berufstätige Frauen auch fest. Und plötzlich bin ich wieder in alten Rollenmustern gefangen. Der Mann macht draußen Karriere und ich bin zu Hause und kümmere mich um Haushalt und Kind. Auf dem Rhein kam es zu einem tragischen Bootsunfall. Mehr jetzt in unseren Kurznachrichten für Sie. Und was beim Gesundbleiben helfen kann, da werden Sie jetzt vielleicht staunen. Eine aktuelle Studie hat nämlich herausgefunden, dass Cannabis einer Corona-Infektion vorbeugen könnte. Mehr Infos dazu haben wir für Sie im Netz auf brisant.de zusammengestellt. Und jetzt wird es prominent bei uns und wir beginnen royal und auch mit sehr intimen Einblicken. In einer BBC-Doku, in der sich Prinz William ein Jahr von Kameras begleiten ließ, gab er ein besonderes Interview. Mal nicht einem strengen Protokoll folgend, sondern sehr gefühlvoll und er sprach durchaus auch von Ängsten. Der frühe Tod seiner Mutter Diana, ein Trauma, mit dem er bis heute zu kämpfen hat. Prinz William erleben wir nicht in der Rolle als zukünftiger König, sondern als Sohn und Vater, der schonungslos ehrlich ist. Reden wir jetzt über ein Ausnahmetalent. Keine Künstlerin ist wohl so wandelbar wie sie. Lady Gaga hat ihr sechstes Album veröffentlicht und hat sich eine eigene bunte Welt erschaffen. Stupid Love heißt die erste Single aus dem Album und da hören wir jetzt mal rein. Und apropos Wolke, wenn ich über den Wolken sage, Liedermacher, eine Stimme, die eindringlich weich ist, dann klingelt es bei vielen, oder? Die Rede ist von ihm her, von Reinhard May natürlich. Und man kann durchaus sagen, dass er mit seinen 77 Jahren zum Urgestein der deutschen Liedermacher gehört. Seit 1967 veröffentlichte er mehr als 60 Alben mit Songs auf Deutsch, Französisch, Niederländisch und auch Englisch. Und wer glaubt, dass Reinhard May jetzt die Füße schön hochlegt und das Rentner-Dasein genießt? Falsch gedacht. Wunderschöner Song. Es geht weiter jetzt bei uns mit noch mehr Promi-News. Aha, heute Abend wird's schmutzig. Hier bei uns im Ersten natürlich nur in Anführungszeichen. Die drei von der Müllabfuhr. Sie sind wieder unterwegs. Dreimal durften wir Uwe Ochsenknecht als Werner Träsch schon dabei zuschauen, wie er mit Berliner Schnauze unter sehr viel Herz die Straßen in Ordnung hält. Jetzt gibt es zwei neue Folgen. Da geht es ordentlich zur Sache, kann man sagen. Und Uwe Ochsenknecht haben wir übrigens auch Mallorca besucht. Er hat ja aktuell, wie viele andere, gerade Drehpause. Und morgen gratulieren wir einer Hollywood-Legende zum Geburtstag. Clint Eastwood wird 90 Jahre alt. Mit Italo-Western feierte er seinen Durchbruch. Als Dirty Harry wurde er unsterblich. Und zur Ruhe gesetzt hat er sich noch lange nicht. Es lohnt sich auf alle Fälle, morgen einzuschalten. Das war's schon von uns. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Und morgen 17.10 Uhr erwarte ich Sie dann hier bei Brisant. Schönen Abend. Ciao. Ciao.